Abzählen der Regentropfenschnur Ich zähle die Regentropfen an den Zweigen. Sie glänzen, aber sie fallen nicht. Schimmernde Schnüre von Tropfen an den kahlen Zweigen. Die Wiese sieht mich an mit großen Augen aus Wasser. Die goldgrünen Weidenkätzchen haben ein triefendes Fell. Keine Biene besucht sie. Ich will sie einladen, sich an meinem Ofen zu trocknen. Ich sitze auf einem Berg und habe alles. Das Dach und die Wände, das Bett und den Tisch. Den heißen Regen im Badezimmer und den Ofen mit löwenfarbener Mähne. Der atmet wie ein Tier oder ein Mitmensch. Und die Postfrau, die den Brief bringen würde auf meinen Berg. Aber die Weidenkätzchen treten nicht ein. Und der Brief kommt nicht. Denn die Regentropfen wollen sich nicht zählen lassen.